Das Tierreich strotzt nur so vor beeindruckender Hörner und Stoßzähne. Sie variieren in Größe und Form und manche fallen allein wegen ihrer Ausmaße auf. Das längste Horn aller Lebewesen gehört dem asiatischen Wasserbüffel aus Indien, Nepal und Thailand. Männchen tragen mächtige, mondförmig nach hinten gebogene Hörner mit tiefen Rillen. Im Schnitt wachsen sie auf eine Länge von anderthalb Metern und manchmal werden sie so groß, dass sie sich sogar berühren. 1955 entdeckten Forscher einen Bullen, der noch eine Schippe drauf legte. Seine Hörner maßen von Spitze zu Spitze beinahe 4,30 Meter. Damit verdiente sich der Bulle das blaue Band des Guinness Buchs der Rekorde. Wilde Wasserbüffel sind eindrucksvolle Säugetiere, die ihre Hörner zum eigenen Schutz einsetzen. Sie fürchten sich auch nicht, einem Tiger oder Löwen entgegenzutreten. Bei dieser Größe würdest du vermutlich nicht erwarten, dass sie auch noch schnell sind, aber… Auf der Flucht kann ein Wasserbüffel bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell werden. Adax sind weiße Antilopen, die sich ausgerechnet die Sahara als Heimat ausgesucht haben. Mit der Zeit entwickelten sie weißes Fell, um die Sonnenstrahlen besser reflektieren zu können. Dem Spitznamen Schraubenhorn-Antilope macht dieses Tier alle Ehre. Ihre mehr als ein Meter langen Hörner sind gedreht wie das Gewinde einer Schraube. Es gibt nur wenige Spezies weltweit, bei denen sowohl die Böcke als auch die Weibchen Hörner in derselben Größe tragen. Die Adax haben außerdem breite, flache, leicht nach oben gebogene Hufe, um nicht im Wüstensand einzusinken. Das Dreihorn-Chamäleon. Ja, genau, Echsen. Überrascht? Hast du wieder mit einer Antilope oder Kuh gerechnet? Aber das hier sind nicht nur echte Hörner aus Knochen wie bei der Adax, sie werden auch zum selben Zweck eingesetzt. Um konkurrierende Männchen aus den Baumkronen zu schubsen. Mit diesen drei kleinen Hörnern auf dem Kopf sehen sie aus wie winzige Triceratops. Der Name Dreihorn-Chamäleon ist Programm. Übrigens ist ihre Zunge anderthalbmal so lang wie das ganze Tier. Das wäre so, als hätte ein 1,83 Meter großer Mensch eine 2,74 Meter lange Zunge. Obwohl es ursprünglich aus den Bergen Ostafrikas stammt, kann man das Dreihorn-Chamäleon heute überall auf den hawaiianischen Inseln finden. Also eine Raupe muss wirklich verdammt wild aussehen, wenn nicht mal Hühner sie anrühren. Die fressen doch eigentlich alles. Trotz seiner stacheligen und bedrohlichen Erscheinung ist der Hickory-Horn-Teufel komplett harmlos. Die Raupe häutet sich viermal, ehe sie sich in ihre finale Form verwandelt. Ein Biest mit schwarzen Stacheln am gesamten Körper. Auf dem Kopf trägt sie lange orangene Hörner mit schwarzen Spitzen. Zu allem Überfluss ist diese Raupe auch noch unverschämt groß. Die größte in ganz Nordamerika. Vor ihrer Verwandlung zur Motte kann sie so groß wie ein Hotdog werden. Sie erinnert eher an einen angsteinflößenden grünen Drachen als an ein Insekt. Überraschenderweise sind sie nicht giftig. Die Stacheln sind nicht sehr spitz und fühlen sich sogar flexibel an, wenn du dich traust, sie anzufassen. Der Zapfenguan, der Doppelhornvogel oder auch der Hornlund tragen Kopfschmuck, der andere Vögel grün vor Neid werden lässt. Aber kein anderer Vogel als der Kasua trägt eine Zierde am Kopf, die wie ein echtes Horn aussieht. Der Helm, wie er genannt wird, besteht aus einem schwammartigen Material, das mit Keratin überzogen ist. Das ist dasselbe Material, aus dem unsere Haare bestehen. Dieses Gebilde erinnert an einen Helm. Obwohl es sehr stabil und robust erscheint, kann man das Horn in der Mitte leicht zusammendrücken. Aber ich würde dir nicht empfehlen, es zu versuchen. In den tropischen Wäldern Südostasiens und Australiens beheimatet, kann der Helm Kasua bis zu 1,38 Meter groß werden und bis zu 60 Kilo wiegen. Auch wenn sie hübsch und freundlich aussehen, können sie ordentlich zuschlagen, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Der Riesenkäfer zieht mit seinen hornähnlichen Ausstülpungen am Kopf der Männchen jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Sie sind unglaublich stark. Manche ausgewachsene Exemplare stemmen mal eben das 58-fache ihres Körpergewichts. So wie ich. Ihre Superkraft nutzen sie allerdings nur, um im Laub und in der Erde herumzugraben und sich zu verstecken. Ihre Hörner sind dabei zum Beiseiteschieben des Materials von Nutzen. Doch das schönste und interessanteste Horn gehört dem Regenbogen-Scarabeus-Männchen. Diese Art erkennt man leicht an ihrem metallischen Schimmer und dem großen Horn, das ihm aus dem Kopf ragt und sich nach hinten neigt. Sie sind so bezaubernd, dass sie sogar den Nashörnern Konkurrenz machen. Ein schickes Horn eignet sich prima zum Angeben, aber kennst du ein Tier, dem gleich 15 Hörner aus dem Kopf ragen? Der Dinosaurier Cosmozeraptos lebte vor etwa 76 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit. Er hatte überall im Gesicht Hörner. Zehn spitze Hörner zierten den Rand seines knöchernen Schilds, das den empfindlichen Hals schützte. Über jedem Auge hatte er lange, scharfe Hörner und jeweils ein Horn ragte ihm aus jeder Wange. Dazu trug er ein einzelnes stumpfes Horn auf der Nase. Sehr viel berühmter ist sein Cousin Triceratops. Das Einhorn der Meere, ein blasser Tümmler namens Narwal, lebt in den arktischen Küstengewässern und Flüssen. Sie gehören zur selben Familie wie Delfine und Killerwale, aber ihr Horn macht sie einzigartig. Dieses Horn, beziehungsweise dieser überdimensionale Zahn, kann bis zu drei Meter lang werden. Dieser schwertartige, gedrehte Hauer wächst dem Narwal direkt aus der Lippe. Aber Wissenschaftler wissen bis heute nicht, wozu er eigentlich dient. Manche denken, er soll Weibchen beeindrucken, so wie ein verrückter Hut oder eine freche Frisur. Er könnte aber auch dem Kampf dienen. Tut bestimmt weh. Weibchen wächst auch manchmal so ein Zahn, aber er wird nicht annähernd so lang wie bei den Männchen. Als Mitglied der Kofferfischfamilie, zu der auch der berüchtigte Kugelfisch gehört, fällt der Kuhfisch mit seinen langen Hörnern sofort auf. Sie ragen vorne aus seinem Kopf und lassen ihn doch sehr wie eine Kuh aussehen. Man glaubt, diese Wucherungen hätten sich entwickelt, um den Räubern das Schlucken zu erschweren und ihnen damit Zeit für die Flucht einzuräumen. Die Hörner wachsen sogar nach, wenn sie sie verlieren. Durch ihre einzigartige Art zu schwimmen, sehen sie aus, als würden sie durch das Wasser schweben. Nur leider sind sie nicht gerade schnell und können sogar mit der Hand gefangen werden. Aber Vorsicht! Genau wie beim Kugelfisch produziert ihre Haut unter Stress Gift. Ein 90 Kilo schweres Tier mit mächtigen Hörnern, das Behände auf einem Baum klettert, ist doch eher schwer vorstellbar. Aber genau das tut die Schraubenziege. Als eine der größten Wildziegenarten in ganz West- und Zentralasien beeindruckt sie vor allem mit ihren wuchtigen Hörnern. Sie werden bis zu eineinhalb Meter lang. Die Hörner winden sich wie Korkenzieher aus dem Schädel. Die Ziegen nutzen sie, um Wurzeln und andere Leckerbissen auszugraben oder die Rinde von Bäumen zu schäden. Die Männchen setzen sie während der Paarungszeit auch im Kampf um Weibchen ein, wenn sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es gibt auch Berichte, dass Steinadler versucht haben, junge Zicklein zu stehlen, doch die Mütter verjagten die geflügelten Räuber mit ihren Hörnern. Das nächste Lebewesen findest du in den wunderschönen Alpen. Der Steinbock, auch Alpensteinbock genannt, hat ebenfalls beeindruckende Hörner. Der männliche Steinbock hat unsaatbar starke, gewundene Hörner, die bis zu einem Meter lang werden. Die Hörner der Weibchen sind mit nur 33 cm deutlich kürzer und zierlicher. Während der Paarungszeit setzen die Männchen ihre Hörner ein, um ihr Revier zu verteidigen. Mit ihnen schlagen sie auch mal Raubtiere wie Wölfe, Pären und Luchse in die Flucht. Wenn sie Gefahr spüren, stellen sie sich auf ihre Hinterbeine und richten ihre Hörner auf den möchtigern Steinbockfresser. Wenn du das Wort Horn hörst, kommt dir sicher sofort ein ziemlich großes Tier in den Sinn. Das größte aller Nashörner, das Breitmaul-Nashorn, hat zwei charakteristische Hörner, ein längeres vorne und ein kleineres dahinter. Das große Horn kann bis zu 1,5 Meter lang werden. Diese beachtlichen Hörner bestehen aus einem Protein namens Keratin. Dasselbe Material aus dem Schuppen, Haare, Nägel, Krallen und Hufe bestehen. Diese 2,5 Tausend Kilogramm Schwergewichte leben in Gruppen zusammen und können bis zu 40 kmh schnell rennen. Keine Vorstellung, wie sich das anfühlt? Na dann denk doch mal an 300 Bowlingkugeln in diesem Tempo. Das Saola wurde erst im Mai 1992 entdeckt. Die Forscher spüren sie in den Bergen von Vietnam und Laos auf. Seitdem sind sie nur eine Handvoll Fotografen vor die Linse gelaufen. Da über sie noch nicht allzu viel bekannt ist, tragen sie den Spitznamen asiatisches Einhorn, weil sie eben so schwer zu Gesicht zu kriegen sind. Saolas haben eine auffällige weiße Zeichnung im Gesicht. Noch auffälliger sind aber ihre 50 cm langen, parallelen Hörner, die ihnen aus dem Kopf ragen. Ihre Enden sind rasiermesserscharf und sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen vorzufinden. Sie sehen zwar ein bisschen wie Antilopen oder Hirsche aus, sind aber eher mit Rindern verwandt. Der Einhornfisch ist nicht so magisch wie das sagenumwobene Pferd. Wie auch. Aber auch diese interessanten Fische haben ein Horn, fast wie ein Stachel, der vorne aus ihrem Kopf ragt. Der hornähnliche Vorsatz beginnt zu wachsen, wenn das Tier eine Größe von 13 cm erreicht und ist bei Männchen meist größer als bei Weibchen. Biologen zweifeln bis heute, wozu dieses Horn dienen soll. Zumindest wird es nicht zur Verteidigung eingesetzt. Dafür hat der Einhornfisch seine spitzen Stacheln an der Schwanzflosse. Auch wenn du das Fabelpferd mit dem Horn auf der Stirn nie sehen wirst, solltest du bei deinem nächsten Tauchgang also die Augen offen halten, ob du nicht vielleicht einen Schwarm dieser Einhörner entdeckst. Viel Glück!